ja jetzt wollen wir mal gucken weil ich spiele ja den tessak sehr viel mit he munition und bekanntermaßen hat die he munition nicht so viel durchschlag jetzt wollen wir mal den tessak eine runde ap only spielen und in einer der nächsten runden gold only und dann gucken was darin so schadenstechnisch dabei umkommt freunde so sieht nämlich los und ich sag mal so ne das video braucht auf jeden fall tausende von likes also tut euch keinen zwang an den boss love ski zu unterstützen mit einem like den dessen spächtig wo gibt sofort muss sein freunde ihr wisst bescheid so das ist natürlich auch ein bisschen eine schwierige map wir haben drei artis wir haben zwei scouts und so ne du weißt du musst locker bleiben das ist das beste wo gibt ne von meinem team kommt keinerlei unterstützung so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich muss durchaus zugeben, die AP-Munition ist irgendwie besser als die HE-Munition, das muss ich doch an der Stelle mal zugeben, das ist das Beste, wo es gibt. So, so viel mal dazu. So, wollen wir mal den EBR angehen? Ja, ein bisschen Unterstützung wäre jetzt schon nice gewesen vom Team, ne? So, immerhin haben wir ja drei Artis, haben wir ja festgestellt. Freunde, so ist es nicht, ne? Ja, die Gegner-Artis sind aber massiv motiviert. Oh mein Gott, die AP-Munition klotzt aber auch richtig rein, du. So ist es nicht, ne? Meine Güte, Alter, Junge, 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 ich danke meinen Zuschauern für diesen Tipp, Alter. Die haben gesagt, schieß AP, Alter, und ich so, ja, Beste, wo gibt's? Und hab's jetzt ausprobiert, Alter, das ist ja super. Oh, Brudi, Alter. das ist ja brutal alter die runde ist jetzt schon vorbei vier minuten hat es gedauert habe ich brutal reingeklotzt allah junge tatsächlich vier minuten 15 zu 3 und ich müsste ganz oben stehen was xp und der match angeht der boslowski ich jetzt der brüder aufstippe gibt da kann ich nicht mehr kanal da alter ist das brutal junge nach xp direkt auf platz 1 nach der match auf platz 3 so jetzt müssen wir aber hier mal bis gehen hier was soll ich denn sagen dass ich doch beste wo gibt da muss ich doch die munition mal ein bisschen um basteln ein bisschen weniger he bisschen weniger gold viel mehr ap meine freunde so machen wir das jetzt kuck zack so und ab in die nächste runde des ich ja total da kann ich nicht mehr kann also das ist ja super ohne denkt dran der boslowski braucht unterstützung abonnieren schnabulieren kontrollieren und daumen nach oben da lassen dann ist die spielstippe gibt jetzt erstmal eiswasser trinken denn freunde eiswasser ist der brutal stippe gibt da kein schnitt meckern da musst du locker bleiben ja 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 jetzt ist aber es ging hier schwierige map muss man ja an der stelle mal gesagt Ich würde jetzt doch HE laden, weil AMX und EWR und so, versteht ihr was ich meine? Ja, das war der gegnerische AMX Scout an der Stelle. Ja, 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 ich habe ja auch jetzt kurz mal vergessen, dass ich auf diesem Panzer keinerlei Sichtmodule verbaut habe. Ja, das heißt, ich werde eher gespottet als die Gegner. Aber gut, wir sind jetzt trotzdem schon bei 2500 Kombinierten. Leider ein bisschen zu früh weggeplatzt. Ich hätte mich jetzt nicht aufs Spotten verlassen sollen, weil wie gesagt, ich habe hier überhaupt keine Spotmodule verbaut. Ja, aber die AP Munition hat mir gefallen. Ich werde euch jetzt noch ein paar Replays dazuschneiden, die ich die letzten Stunden und Tage aufgenommen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Stream, meine Freunde. Ihr wisst schon, auf Twitch, Akku, Power, Twitch. Zusammengeschrieben Akku, Power, Twitch. Also, checkt die Links in der Videobeschreibung, lasst einen Daumen nach oben da und viel Spaß bei dem weiteren Video, was jetzt folgt. Also, hier sehen wir uns als hier auf dem Video gesprochen.